Es ist mal wieder Zeit für eine Disney Haul. Hallo meine Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube Kanal und zum April Haul. Ja, gefühlt ist der letzte Haul schon ewig her, aber ich habe den ja gedreht, als ich aus dem Urlaub zurück war. Das war ja Anfang März und dann habe ich ja jetzt ist schon Mai. Das heißt, ja, ist schon ein bisschen länger her, als ich ein Haul gedreht habe, auch dass ich hier gesessen habe irgendwie, weil da so viele letzten Wochen immer los ist. Ja, ich zeige euch wieder, was ich alles von Disney geshoppt habe oder zugeschickt bekommen habe im Monat April. Ich hatte aber auch in dem Haul von meiner Cruise gesagt, also wer sehen möchte, was ich während meiner Kreuzfahrt gekauft habe, von Disney, aber auch nicht Disney, schaut gerne im letzten Monat vorbei. Da habe ich auch gesagt, ich zeige euch in diesem Haul dann noch die paar Sachen, die ich jetzt im letzten Haul dann nicht gezeigt habe, weil sie nichts mit der Cruise zu tun hatten, wo ich auf zwei Wochen in Asien unterwegs war. Aber es sind wirklich überhaupt nicht viele Sachen. Die meisten kamen jetzt im April dazu. Wir haben dabei Sugar Buddy, wir haben dabei ganz viel aus Tokio Disney, obwohl ich nicht in Tokio Disney war. Ganz viele Menschen haben, ganz viele liebe Menschen haben mir was mitgebracht. Dann haben wir neue Starbucks Tassen und ich habe mal bei Funko Europe bestellt und Disneyland Paris ist auch ein bisschen dabei. Starten wir mit einem Kleid, welches ich mir bei Mojito bestellt habe. Davon habe ich ja schon zwei Kleider und ich werde immer so oft von euch gefragt, wenn ich die Kleider bei meinen OOTDs auf Instagram zeige morgens, woher ich diese Kleider habe. Ja, von Mojito. Ich weiß nicht, ob es immer noch online ist. Wenn ja, dann verlinke ich es euch gerne unten, aber ihr müsst schnell sein, weil wenn sie weg sind, sind sie weg. Und viele Leute fragen mich dann im Nachhinein, wenn ich die Sachen dann schon, wenn ich die schon länger her gekauft habe, ob es die Sachen noch gibt. Und auch das Kleid habe ich relativ schnell auch bei Instagram gepostet, nachdem ich es bestellt habe. Und ich weiß, viele von euch haben es auch bestellt, aber viele sehen natürlich die Storys nicht. Also schaut mal, ich gucke mal, wie gesagt, ob der Link noch, ob es das Kleid noch gibt und verlinke es euch gerne. Aber genau, das ist das Kleid, was ich jetzt in diesem neuen Muster bestellt habe. Wie gesagt, ich habe schon zwei andere Muster. Der Schnitt ist eigentlich derselbe wie die anderen. Und ich liebe so lange Blusenkleider. Ist jetzt ein bisschen dunkler, ist jetzt nicht für den Frühling. Also ich kann es natürlich jetzt auch schon anziehen oder noch anziehen, aber ich finde, die Farben sind so ein bisschen eher winterlich und herbstlicher, so ein bisschen härter. Aber man kann es auch schön mit weißen Sneakern auch im Frühling tragen. Gekostet hat das Kleid 45 Euro. Ich hatte mir noch was anderes bei Mojito bestellt, weil die haben auch so ein Blümchen-Blusenkleid gehabt, damit der Versand gratis ist. Ist das ja immer so, wenn der Versand irgendwie 5, 6 Euro kostet, versucht man so viel noch in den Warenkorb zu tun, dass es dann kostenlos ist. Genau, das war das Kleid von Mojito. Kommen wir zu meinen Starbucks-Tassen. Und wie ihr bereits wisst, sammle ich ja, also ich bin nicht der Tassen-Fan. Also ich habe natürlich Disney-Tassen, ausschließlich Disney-Tassen. Aber ich bin jetzt nicht so bei Shop Disney, aber es heißt jetzt Disney Store, daran muss ich mich auch noch gewöhnen. Wenn jetzt im Disney Store neue Tassen kommen, denke ich mir so, boah, nee, also boah, geil, muss ich jetzt bestellen? Nein. Bei den einzigen, bei denen ich das denke, sind die Starbucks-Discovery-Series. Und jetzt gab es eine neue Series in Walt Disney World. Zu jedem Park eine neue Tasse und dank der Cheryl, die über ihren Kontakt die Tassen in Florida kaufen lassen hat, habe ich die jetzt komplett, die neue Kollektion. Ich habe jetzt vor kurzem ja die Disneyland Anaheim-Kollektion bekommen, die neue und jetzt auch noch die Walt Disney World Kollektion. Und ja, pro Tasse 25 Dollar, plus dann den Versand und so weiter, aber ist ja egal. Genau, ich zeige euch die Tassen jetzt mal. Das ist einmal die Animal Kingdom-Tasse. Und immer, wenn ich diese Tassen benutze, habe ich so Angst, dass mir irgendeine runterfällt und sie kaputt geht. Okay, gut, bei denen könnte ich jetzt theoretisch dann noch die nachkaufen, falls eine kaputt geht. Aber bei den anderen, die ich habe, die gibt es halt nicht mehr, ne? Also, das ist die Animal Kingdom-Tasse, auch richtig süß mitfindet Nemo und so weiter. Also, richtig süße Details. Ich muss gucken, dass ich es nicht kaputt mache. Dann die nächste Tasse ist die Hollywood Studios-Tasse. Genau, die sieht so aus. Das ist die Hollywood Studios-Tasse. Genau, wir haben hier die Alien, wir haben den Hollywood Tower Hotel-Turm, wir haben Mickey als Sorcerer und, und ganz viele kleine Details. Sogar die Schöne und das Biest wegen der Show. Also, richtig süß und auch Star Wars Galaxy's Edge. Ja, auch eine richtig schöne Tasse. Dann gab es natürlich auch die Magic Kingdom-Tasse. Ich bin so froh, dass sie heil angekommen sind. Ja, es ist die Magic Kingdom-Tasse. Genau, da haben wir auch einmal, gut, den Papageien, wo ich den Namen nicht weiß, Space Mountain, Dumbo und natürlich das Schloss in der Mitte. Und, last but not least, natürlich Epcot. Das ist die Epcot-Tasse und ich mag auch diese Pastelltöne. Richtig schön. Und auch natürlich mit den neuen Highlights wie Guardians of the Galaxy hier. Alles drauf. Wir haben Olaf, wie gesagt, Guardians of the Galaxy. Wir haben Epcot. Wir haben, wie heißt denn jetzt der Drache? Figment? Figment? Ja, Figment. Und natürlich Ratatouille. Und Moana ist auch schon dabei. Ja, richtig tolle Tasse und bin sehr froh, vier neue Starbucks-Tassen zu haben. Jetzt habe ich wirklich schon eine recht große Kollektion von Starbucks-Tassen. Aber ich muss sagen, ich glaube, bei denen werde ich nie aufhören zu sammeln. Das ist halt so wie eine Sammelleidenschaft bei meinen Spirit-Jerseys. Und irgendwann werden es halt viele sein. Bei den anderen Disney-Tassen ist mir das egal. Da ist es jetzt nicht so schlimm, wenn eine kaputt gehen würde. Bei den Starbucks-Tassen, da würde ich schon sehr, sehr weinen. Also vielen Dank nochmal an Cheryl und auch ihren Kontakt in Amerika, die mir das mitgebracht haben. Vielen, vielen Dank. Dann habe ich ein Paket von Sugar Buddy bekommen und zwar kurz vor Ostern. Deswegen ist auch noch Mini als Osterhase dabei. Genau, den gab es noch dazu. Mini als Osterhase. Richtig süß. Die gab es aber auch bei Shop Disney Store zu kaufen. Also da wollen wir mich gewöhnen. Ja, also einmal gab es die dazu wegen halt Osterpaket. Und dann habe ich noch die Bambi-Kollektion bekommen. Und die zeige ich euch jetzt gerne. Wie gesagt, Sugar Buddy hat ganz, ganz viele andere Disney-Kosmetik-Produkte, Badekugeln und Masken und sonstiges. Also schaut da gerne mal bei Sugar Buddy vorbei. Ich glaube, in letzter Zeit hatten sie eine Winnie-Pooh-Kollektion, eine Grogu-Kollektion und, und, und. Und wie gesagt, jetzt auch die Bambi-Kollektion. Also wenn ihr da auch Geschenkideen jetzt sucht für, kommt das, schafft ihr noch wahrscheinlich Muttertag zum Beispiel, ist ja jetzt am 12. Mai. Oder, äh, ja, irgendwelche Geburtstage, Weihnachten ist ja auch irgendwann mal wieder. Dann, äh, es sind da, glaube ich, sehr schöne Geschenkideen dabei. Ich habe einmal hier dieses, ähm, Bandeau bekommen, wenn man sich schminkt halt, ne, dass man, dass man so die Haare zurückmacht in Klopfer, ähm, Form. Dann habe ich einmal bekommen eine Seife, die, ach, sehr schön riecht. Ähm, so ein bisschen nach, äh, hier steht Wildflower, also für mich ist es so ein bisschen Rosenduft. Äh, das ist Klopfer als Seife. Dann habe ich noch bekommen einmal ein Handwash- und Handcream-Set fürs Badezimmer, was auch super schön aussieht mit dem Bambi-Logo. Also, das kann man sich so einfach ins Bad stellen und ist auch sehr dekorativ. Ich bin ja mal sehr gespannt auf den Duft. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt hier steht. Nö, muss ich halt mal, wenn meine Seife jetzt aufgebraucht ist, wird das dann als nächstes aufgestellt. Dann habe ich Badefizzer bekommen, so Badekugeln, auch mit Bambi-Look. Und zwar auch, das ist jetzt nur Klopfer, aber es sind wahrscheinlich auch andere Figuren dabei. Wildflower, Buttfizzer. Dann habe ich ein Pädiküreset bekommen, also für die Füße mit einer Fußseife, einer Fußlotion und einer Fußraspel, einer Fußreibe. Alles im Bambi-Klopfer-Look. Auch ein schönes Geschenk, muss ich sagen. Und viele vernachlässigen da ja die Füße, aber ich muss ja sagen, ich gehe ja alle vier Wochen zur Pädiküre. Also, ich vernachlässige nicht, aber ich muss es auch leider. Ist halt so, da ich, ähm, ich habe schon, also ich finde meine Füße schon schön, aber ich habe vererbt bedingt, äh, muss da immer nachgeholfen werden. Vor allem mit so einer Raspel. Das ist jetzt, äh, viel zu viele Informationen, aber ich dachte mal, ich, äh, lasse es mal hier so, ähm, raus. Deswegen finde ich es auch sehr praktisch für mich. Ähm, ich werde die, die, auf jeden Fall die Fußseife, also das Fußbad und auch die Creme benutzen, ähm, damit meine Füße so ein bisschen länger noch schön bleiben. Aber ich finde es, wie gesagt, auch als Geschenkset richtig schön. Und abschließend habe ich noch ein Handcare-Set bekommen mit Handcreme und einer Nagelfeile. Auch im Klopferlook. Richtig toll. Ja, wie ein Daumen, vielen, vielen Dank nochmal an Sugarbody für das super schöne Osterpaket. Hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, ich packe euch den Link von Sugarbody unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Dann habe ich ja meine D23-Mitgliedschaft verlängert. Ähm, ja. Ich habe ja gesagt, eigentlich nicht. Aber ich musste sie doch verlängern. Warum, das erzähle ich euch demnächst. Ähm, und deswegen habe ich jetzt auch einen neuen Magnet bekommen für die neue Mitgliedschaft. Ähm, die D23 Goldmember. Und D23 feiert dieses Jahr seinen 15. Geburtstag. Schaut mal da das Logo. Also schon auch ein besonderer Magnet. Ich habe den ja schon von letztem Jahr. Und dann gab es die neue Zeitung. Wie gesagt, es gibt nochmal vier Zeitungen dieses Jahr. Das ist jetzt die Frühjahr-Edition mit Shanghai-Zootopia. Was ich mir ja schon live angucken durfte. Und, äh, hier ist das Lion King Musical aufgelistet. Ähm, irgendwas mit Wish. Ähm, wir haben hier, ja, verschiedene... Ach, hier haben wir Matt the Ambassadors, äh, haben wir hier einmal. Tokyo Disney, also auch zu den verschiedenen Disney Parks. Meine Magic Mystery Box ist noch nicht angekommen. Also das Goodie, was es dieses Jahr dann gibt. Wie gesagt, bin ich nicht mega begeistert von. Man sieht es hier auch. Aber ich zeige es euch dann in dem Haul, wenn ich es bekomme. Genau. Ja. Und hier hinten haben wir nochmal World of Frozen von Hongkong. Also beide Seiten, beide neue Themenbereiche. Einmal Zootopia, einmal World of Frozen in Hongkong. Beides habe ich mir, durfte ich jetzt im Februar auf meiner, äh, auf meiner Kreuzfahrt sehen. Ähm, wenn euch die Vlogs davon interessieren, schaut da gerne in meine Playlist, in meine YouTube-Videos vorbei. Zu beiden Parks gibt es hier auch Videos auf meinem YouTube-Kanal. Genau. Soviel dazu. Dann machen wir doch weiter mit Funko Europe. Ich bekomme oft auch die Frage, wo kann man denn schöne Loungefly-Rucksäcke oder Taschen kaufen. Und Funko Europe, muss ich sagen, ist schon eine gute Anlaufstelle für Rucksäcke und Taschen. Ähm, habe ich jetzt länger nicht mehr bestellt. Aber schon auch, äh, manchmal gibt es da auch meine Röcke. Ihr fragt ja auch, wo ich, wo ich, wo, manchmal, äh, woher ich diese Stitch-Choupé bei Loungefly-Röcke anhabe. Und Funko Europe, in letzter Zeit, in den letzten Monaten, gab es da jetzt öfter auch die Röcke von den neuen Kollektionen. Ähm, aktuell nicht. Aber ich habe mir was anderes bestellt. Ich habe da so durchgestöpert und dachte, hm, das T-Shirt finde ich eigentlich schön. Ähm, habe aber tatsächlich, ich habe es mir jetzt in L bestellt, weil ich so unsicher war. Ich habe dann auch die Maße geguckt und auch gemessen, dachte ich, L muss passen. Aber es ist mir leider viel zu groß. Ähm, ich gucke mal, ob ich vielleicht jetzt nochmal ein M bestelle und das bei Instagram, wenn jemand das haben möchte, ähm, verkaufe. Ähm, ich weiß doch nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, was es gekostet hat. Ähm, müsste ich tatsächlich gleich nochmal nachgucken. Ähm, ja, aber ich finde das Muster so schön mit dem Lotze und dem Regenbogen und Pink und so. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist auch von Loungefly. Ähm, wie gesagt, ein bisschen groß. Aber so von der Länge her könnte man es auch gut zu einer Radlerhose anziehen. Also ich schaue mal, ob ich es behalte. Vielleicht bestelle ich trotzdem nochmal eine Nummer kleiner und behalte beide. Passend dazu hat mich auch diese Tasche hier angesprochen. Ich habe noch keine Toy Story Tasche und ich bin ja auch eher der Fan von Umhängetaschen, weil die Rucksäcke von Loungefly sind mir ja immer zu klein. Und ich habe ja immer so viel dabei und deswegen versuche ich meine Umhängetasche wenigstens, ähm, passend zu meinem Ort für zu machen. Und da hat mich diese Umhängetasche angeschrieben von Lotzo, weil erstmal Toy Story Tasche habe ich noch nicht. Und die fand ich so schön, auch zu dem T-Shirt. Und ich habe ja auch schon ein paar Toy Story Sachen. Achte ich, komm, die kaufst du dir, weil die hat auch eine super perfekte Größe. Schaut euch die Größe mal an. Da passt ganz viel rein, da passt mein Kamera-Equipment. Also wenn ich die nur mit der Osmo zum Beispiel unterwegs bin, passt da super rein. Hier ist noch das Papier drin. Sie hat natürlich auch einen langen Gurt dabei. Ja, sieht man hier. Und auch das Muster innen drin, das muss ich euch noch zeigen, wenn ich das Papier jetzt mal raushole, hat das Muster des T-Shirts. Schaut mal. Riecht das? Oder bilde ich mir das so ein? Ja, und sie hat wie gesagt vorne noch eine Tasche. Man kann die aber auch abklipsen und irgendwie die Tasche dann hier abmachen. Also man kann die hier irgendwie rausziehen. Ah, guck, da steht auch hinten noch was drauf. Also wie gesagt, man kann die Tasche auch abziehen. Und hat man hier so eine kleine Tasche. Da steht Sunny Side Daycare. Und dann würde die Tasche so aussehen. Aber ich finde es mit der Vordertasche, ach so, man kann das aber dann drehen, ne? Was man gerade möchte. Möchtet man die Erdbeere? Möchtet man den Regenbogen? Also finde ich echt richtig süß. Wie gesagt, ich gucke gleich, was sie gekostet haben. Aber ich glaube, die waren 80 Euro. Was steht hier? I'm scented. Also doch, so ein bisschen leichter Duft ist da. Aber nicht wirklich viel. Also so ein leichter Hauch von einem angenehmen Duft. Und dann habe ich aus derselben Range von den Taschen auch noch eine andere gesehen. Und wie gesagt, ich finde die Größe echt ideal für mich, weil da alles reinpasst. Habe ich mir noch Sebastian gekauft. Weil ich habe auch noch keine Ariel Tasche. Und Ariel ist schon so meine zweitliebste Prinzessin. Und deswegen habe ich mir noch dann Sebastian gekauft. Schauen wir mal, was er noch hinten hat. Er hat hier die Noten. Und, ah ja. Also er hat einmal das und das. Kann man dann sich wieder entscheiden. Ja, also recht, äh, finde ich toll. Ich glaube, wie gesagt, die waren 80 Euro. Und ich glaube, das T-Shirt war um die 45. Verlinke ich euch gerne alles unten von Funko Europe. Und bei dem T-Shirt muss ich mal schauen, ob ich mir nochmal eine Nummer kleiner bestelle und das andere doch behalte. Mal sehen. Und dann war es auch wieder so, das T-Shirt einem am besten gefallen und die Tasche. Und dann ist Sebastian auch noch leider in den Warenkorb gefallen. Ja, kommen wir jetzt zu Disneyland Paris, weil Disney Tokio mache ich so als Highlight zum Schluss, weil da echt richtig tolle, tolle Sachen dabei sind. Ja, Disney in Paris. Ich war ja nur einmal da zum, äh, am 12. April zum Geburtstag an dem Wochenende. Da gab es ein paar Sachen, aber habe mir eigentlich nur eine Sache gekauft. Davor, ähm, war ich ja jetzt seit Februar dann nicht. Und zwischendurch kam dann ein neuer Spirit-Jersey und Ohren raus. Ähm, und da muss ich an Daniel bedanken und Sven. Also Daniel hat Sven beauftragt, weil er in Paris war, ins Village zu fahren und uns die Spirit-Jerseys und Ohren zu kaufen. Also vielen Dank an Daniel und Sven. Und dann gab es einmal die Ohren von dieser Kollektion. Ich meine, die Ohren habe ich letztes Mal noch gesehen und, oder, und den Lounge Fly oder nur den Lounge Fly. Den Spirit-Jersey gab es leider nicht mehr. Äh, die Ohren waren 25 Euro ohne Jahreskartenrabatt. Ich kriege ja jetzt auch nur noch 15 Prozent. Und dann gab es den passenden Spirit-Jersey, den ich sehr schön finde. Dazu, wie gesagt, den gibt es leider nicht mehr. Also im Dissin in Paris ist das echt so, man weiß nicht, ob man warten soll bis zum nächsten Trip. Sind die Sachen noch da? Manche Sachen sind halt noch da beim nächsten Mal, manche nicht. Und deswegen versuche ich mir die Sachen, wenn ich weiß, ich bin nicht in den nächsten zwei, drei Wochen da, mir die Sachen schon mitbringen zu lassen. Also, ja, da ist das Spirit-Jersey richtig schön mit der Farbe hier, mit dem Aufzug. Und hinten gefällt mir besonders gut. Disneyland Paris mit dem Schloss hinten drauf. Ähm, ja, ich trage die Spirit-Jersey. Es ist immer in der Größe S. Da werden auch immer gefragt. Und ihr seht, also irgendwie fühlt sich die noch größer geworden. Also, die sind sehr, sehr groß. Ähm, die fallen größer aus. Ähm, der Spirit-Jersey war 70 Euro ohne Jahreskartenrabatt. Und er ist einfach wunderschön. Ich freue mich schon, den tragen zu können. Ähm, obwohl es ja jetzt wieder wärmer wird. Aber so morgens kann man so mal schon mal so ein Spirit-Jersey drüber werfen. Wie gesagt, hinten mit dem Disneyland Paris Schloss mit der Aufschrift. Ein echt wunderschönes Schmuckstück. Also, wie gesagt, gibt es aber leider nicht mehr im Park. Ich weiß auch nicht, ob es nochmal wiederkommt. Das ist in Disneyland Paris immer so schwierig. Ähm, ich weiß, dass demnächst ein roter Pixar-Jersey nach Disneyland kommt. Den möchte ich auch unbedingt haben. Ähm, genau. Dann gab es, äh, eine Sache habe ich mir dann am 12. noch Preseps gekauft. Und den Rest gab es gratis. Ähm, und zwar den Scherenschnitt. Ähm, den Scherenschnitt habe ich mir gekauft. Ähm, könnt ihr euch auch im Blog anschauen, wie das gemacht wurde. Der hat jetzt mit dem Rahmen und dem Mickey und so weiter 45 Euro gekostet. Ohne Jahreskartenrabatt. Mit Jahreskartenrabattgericht 43 oder so. Wird aber handgemacht. Also, äh, ich finde, es lohnt sich. Ist eine tolle Erinnerung. An's Dissert in Paris. Und, ähm, genau. Das könnt ihr. Aber es gibt verschiedene Optionen. Aber das zeige ich auch im Vlog. Also schaut euch gerne den Vlog vom Scherenschnitt an. Wenn euch das interessiert, was es da für Optionen gibt. Und wie gesagt, ich war ja an dem Wochenende da zum 32. Geburtstag. Und wir waren eingeladen von Inside Ears. Ähm, zur Pressekonferenz. Und es gab abends noch ein Disneyland in Concert. Und auch zur Verabschiedung von Studio One. Dazu gibt es auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und, ähm, dann habe ich hier auf jeden Fall einmal das Lanyard von dem Presse-Event. Ähm, von dem Inside Ears-Event behalten. Ich behalte immer alle von den ganzen Events, wo ich jeweils eingeladen wurde. Weil es einfach tolle Erinnerungen sind. Und ich mich immer noch sehr besonders fühle, bei sowas teilnehmen zu dürfen. Weil es nicht selbstverständlich ist. Und deswegen behalte ich immer diese ganzen Lanyards, die wir bekommen. Ähm, einfach als Erinnerung. Dann gab es zur Verabschiedung von Studio One noch ein paar Geschenke. Und zwar einmal zwei Postkarten. Ähm, oder Bilder. Einmal, wie das der Shop dann im Studio One, das dann World Premiere heißen wird, aussehen soll. Das sieht so aus. Einmal der Shop. Und dann auch das Artwork von Studio One, was dann nicht mehr Studio One sein wird. Von außen. Wir haben Mickey and the Magician als Theater und so. Also wie es von der anderen Seite im Prinzip aussehen wird. Ähm, genau. Noch mal als Artwork. Ich versuche, dass es das Licht nicht so spiegelt. Bekommen. Genau. Und dann gab es noch ein Poster. Auch ganz besonders, weil es sowas nicht zu kaufen gibt. Und zwar Studio One, that's a wrap, Disney Studio One, 12. April 2024 als Poster. Wie gesagt, sowas kann man halt nicht kaufen. Sowas kriegt man halt nur so zu Events. Und deswegen ist es noch mal auch was ganz Besonderes. Eine ganz tolle Erinnerung. Ähm, ja. Die ich auf jeden Fall, an die ich mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne zurückerinnere. Ja, Studio One wird jetzt erst mal mindestens ein Jahr geschlossen sein, wenn nicht länger. Wir wissen, die ist ja in Paris. Da mühlen die, äh, da mühlen, die mühlen langsamer. Sagt man das so? Ähm, ja. Mal sehen. Und das war alles aus dem Disneyland Paris, was ich im April geshoppt oder bekommen habe. Und jetzt kommen wir zu meinen Highlights. Disneyland oder Disney Tokyo. Mal mit den ältesten Sachen. Und zwar, die habt ihr ja wahrscheinlich, also wenn ihr meine Shanghai Vlogs gesehen habt, habt ihr die Sachen auch schon gesehen, die ich getragen habe. Weil wir haben sie schon im Januar mit Cheryl bestellt damals und ihrer Mutter. Äh, für Valentinstag. Sie kam dann vor dem Urlaub. Ich glaube, eine Woche vor dem Urlaub kam sie dann. Und Cheryl hat sie mir dann noch zugeschickt. Aber ich hatte sie noch nicht im Haul gezeigt. Habe ich bei Bello Shop Hongkong, oder haben wir bei Bello Shop Hongkong bestellt. Und einmal die Mütze. Die rosane Mütze mit den Herzen drauf. Ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Die war jetzt, äh, die war, glaube ich, jetzt mittlerweile ausverkauft. Die gab es aber längere Zeit bei Bello Shop. Hatte ich auch gepostet auf Instagram, als wir die bestellt haben. Und passend dazu habe ich mir die Sonnenbrille in Mickey Shape dazu bestellt. Da sind auch so kleine Herzen drin in den Gläsern. Sieht man aber sehr, sehr schlecht jetzt, glaube ich, im Bild. Ähm, ziehe ich auch gerne mal für euch an. Ich kann sagen, das ist nicht die einzige Brille, die ich jetzt hier habe. So Brillen gibt es halt leider nur in Tokio zu bestellen. Äh, oder zu kaufen. Ähm, manchmal auch in Hongkong, aber die meisten halt in Tokio. Was ich echt schade finde. Es sollte so Brillen auch mal im Design Paris geben. Ich glaube, das wäre wirklich der Renner. Ja, die zwei Sachen einmal von Bello Shop Hongkong bestellt. Ich weiß nicht mehr, was sie gekostet haben. Da ist ja auch immer noch ein Aufpreis. Und wie gesagt, die gibt es nicht mehr. Ähm, dann den Rest aus Tokio haben mir liebe Menschen mitgebracht. Verschiedene liebe Menschen, die in den letzten Wochen in Disney Tokio waren. Und ich war leider noch nicht da. Fehlt mir noch der Park. Ja, fangen wir an mit einem ganz lieben Geschenk von Mia und Anke. Vielen Dank. Ich muss euch an dieser Stelle grüßen. Ähm, so süß, äh, Mutter und Tochter. Wir haben uns auch schon öfter live getroffen. Und, ähm, ja. Mia freut sich auch immer sehr, mich zu treffen. Und ich freue mich auch immer, dich zu treffen, äh, Mia. Und, äh, die waren in Disney Tokio und haben gefragt, ob ich etwas haben möchte. Und dann habe ich halt geschaut. Und dann habe ich gesagt, ja, den Fischerhut, ähm, finde ich eigentlich ganz schön. Vielleicht findet ihr ihn und könnt ihn ja mir mitbringen. Ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie mir den schenken. Ähm, an der Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr mir den einfach so aus Nettigkeit mitgebracht habt. Und dann auch mir noch, auch noch geschenkt habt. Also vielen, vielen Dank. Also neuer Fischerhut in meiner Kollektion. Genau. Er sieht so aus. Ja. Und das war nicht alles. Ähm, die haben mir noch was mehr dazu gelegt. Und, äh, ja, ich bin echt sprachlos. Einmal eine Postkarte mit lieben Worten. Vom Disney Ambassador Hotel. Ich denke mal, die haben da übernachtet. Weil es gab auch noch eine Disney Ambassador Einkaufstasche. Die man so in die Handtasche packen kann. Also, oh, danke schön. Und dann gab es noch einen Pin dazu. Und zwar, äh, da steht Disney Tokyo Resort hinten drauf. Und wir haben Mini mit einer kleinen Gießkanne. Richtig süß. Ja, vielen Dank Mia und Anke. Ich habe mich sehr, sehr über das, äh, Überraschungspaket gefreut. Und ja, ich hoffe, dass wir uns auch ganz bald mal wiedersehen in irgendeinem Freizeitpark, im Disneyland, irgendwo auf dieser Welt. Vielen Dank, äh, für dieses ganz, ganz tolle Paket. Huch, da fällt schon fast alles runter hier, vor Aufregung. Genau. Dann, ich glaube, ähm, 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 also eine Followerin hatte mir vor Wochen geschrieben, dass sie nach Disney Tokyo fährt und Mitbring-Service anbietet. Das habe ich gerepostet. Und den Mitbring-Service habe ich auch selbst genutzt. Ich dachte mir, wenn man schon mal so fragt, ne? Ähm, und da kommen wir zu den Sonnenbrillen. Genau, ich habe zweimal mir die Sonnenbrillen bestellt. Einmal hier die mit so einem Blauschimmer. Und dann hier die nochmal. Also ich packe sie gerne aus und ziehe sie nochmal an. Und dann hat sie mir noch einen Sticker dazu gelegt. Und zwar von der neuen, es ist ja keine Season, von dem neuen Bereich. Äh, Dreaming of Fantasy Springs. Das sieht so schön aus in Tokio. Ich habe schon Videos gesehen. Ähm, ja, ich muss irgendwann mal nach Tokio. Früher oder später. Lieber früher, aber dieses Jahr wird das schon mal nichts mehr. Aber, ja. Tokio DisneySea. Tokio eins meiner Träume noch. Und, äh, wie gesagt, äh, sie hat mir die Sonnenbrillen mitgebracht. Ich habe ja jetzt schon einige Sonnenbrillen mittlerweile. Ich habe sie gut gesammelt. Ähm, genau. Einmal die blauschimmernde. Die passt auch ganz gut zu meinem T-Shirt heute. Mit dem Zettel auch in der Mitte ist auch gut. Genau, einmal die. Ach, die ist cool. Die finde ich mega. Ach. Und dann nochmal die schwarze. Die hat rote Bügel. Das finde ich auch ganz cool mit den Details. Äh, hier steht, sie kostet 2900. Warte, ist das Yen? 2900 Yen. Könnt ihr euch ja, ähm, umrechnen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, plus dann halt Versand. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Mitbringen auf jeden Fall. Und das ist die andere. Ja. Richtig cool. Mit dem Zettel im Gesicht. Noch cooler. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Und last but not least war die Niki im Disney Tokio. Ganz spontan. Ja. Alle Leute fliegen nach Disney Tokio. Nur nicht ich. Ähm, und sie hat mir auch was mitgebracht. Sie hat gesagt, möchtest du was? Und dann habe ich wieder geguckt bei Bello Shop. Also die Sachen gibt's, ähm, die ich euch heute gezeigt habe, auch bei Bello Shop. Ähm, könnt ihr auch da alles bestellen und euch natürlich nach Hause liefern lassen. Ich habe bei Bello Shop wieder gestöbert. Da kann man ja auch filtern nach Park. Und da habe ich geguckt, okay, es gibt eine neue, äh, Come Find Spring Season. Und da gab's schönes Merchandise. Und dann hat sie mir einfach den Hoodie hier. Also nicht einfach. Ich habe ihr gesagt, könntest du mir den Hoodie mitbringen? Weil ich den echt super süß finde jetzt für den Frühling. Mit den Duffy Charakteren. Wir haben Duffy, wir haben Lina Bell, wir haben Gelatoni und Cookie Anne. Und hier unten steht Come Find Springs. Ich habe mir einen L bestellt. Ähm, der sieht super, also der ist super bequem. Äh, fällt ganz normal aus. Da fragen ja auch viele, wie fallen die Größen in Asien aus? Ich finde ganz normal. Ähm, außer halt beim Spirit Jersey. Aber sonst so Hoodies und T-Shirts ganz normal. Ähm, ja. Man muss auch immer gucken, ist es Unisex? Ist es für Männer? Ist es für Frauen? Weil Frauengrößen, also Frauen, wenn es ein Frauen-T-Shirt ist, ist es meistens ja talierter. Ähm, wenn es ein Männer-T-Shirt oder Unisex ist, würde ich den nur mal kleiner bestellen. Ja, auf jeden Fall gab es den Hoodie und dazu dann noch eine Einkaufstasche mit der Seasons drauf. Die ist auch total süß, finde ich. Schaut doch mal. Come Find Spring mit den Charakteren drauf. Follow the butterflies to discover your secret Spring. Surprise! Ja, ich glaube, ich habe ihr 50 Euro jetzt mit Versand überwiesen. War ungefähr 50 Euro. Ähm, ja. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal fürs Mitbringen. Ja, das war's. Das waren alle schönen Sachen, die ich von Disney geshoppt habe im Monat April. Und schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao! Ciao!